Ja, die Box ist in Gefahr. Leider können wir hier erstmal keine Konzerte stattfinden lassen. Die Box gibt es jetzt seit, weiß ich nicht, über acht Jahren. Wir haben über 400 Videos produziert. Wir haben hier Bands eingeladen von überall her aus Japan, Australien, Schweden, Dänemark, Italien, Griechenland, Serbien, Israel, Amerika, also wirklich von überall her auch viele junge, talentierte Bands hier aus der Region und dazu ist die Box auch gedacht. Wir wollen Künstler fördern, wir wollen der Musikkultur eine Bühne geben hier in Telgte. Deshalb Save the Box. Das ist jetzt unser aktuelles Projekt. Wer Bock hat und wer hier schon mal auf dem Konzert war oder wer einfach sagt, ey, save small stages, ich bin dabei. Der kommt hier einfach entladen, nimmt das Ding, wir machen Fotos und dann setzt ihr damit ein Statement, wir wollen, dass das hier bleibt. Und wer Bock hat, der kann uns auch noch was spenden. Also weitere Updates folgen und wir versuchen natürlich jetzt trotzdem das Beste rauszumachen und freuen uns schon auf eine vielleicht noch größere Location, die wir hier in Telgte finden können, wenn das hier wirklich nicht möglich sein sollte. Überlegen auch schon, dass man da vielleicht einen Verein raus machen kann. Aber wie gesagt, die Updates folgen. Ich halte euch hier auf dem Laum mit. Danke. Peace.